Hey, ich bin's, euer MarvinLP und ja, wir spielen jetzt den USA Truck Simulator und steht hier auch noch mal. Und wir beginnen das Tutorial. Ich nehme gerne immer diesen Lenkmodus hier. Den finde ich eigentlich cool. Fahre zum orangenfarbenen Punkt, um einen Auftrag anzunehmen. Andere, ich liebe diese Innenperspektiven, die nicht immer... Äh... Ich würde jetzt gerne vorwärts... Ich tue jetzt kurz... Den geht jetzt. Und diese Haus... Entschuldigung, ich muss gerade raus... Also... Also Auftrag annehmen... Zeit, die verfügbaren... Ich würde sagen, wir transportieren das Boot, da bekommen wir das meiste Geld. Ja... Über 700 Kilometer sind es... Ne... Nach EU-Perspektiven wieder, da kann man nämlich so machen... Woa... Das ist noch nicht hart... Ich sehe gar nichts... Kann ich... Ich sehe gar nichts... Ich schaue irgendwas... Ich kann es machen... Was ist eigentlich das Boot? Und... Ich sehe gar nichts... Ich sehe gar nichts... Ich sehe gar nichts... Wie... Piep... Piep... Wie... Ich habe keine sehr große Ahnung wie man LKW fährt, aber ich hoffe mal ihr findet es gut, dass ich sowas als Projekt mache und wir werden den ersten auf die Superfahrt mit Hilfe der Manykarte zusammen. Also ich gerade sagen wollte, ich hoffe ihr findet es gut, dass ich sowas als Projekt halt mache. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt. Ich werde jetzt ein paar Folgen erstmal raus an und dann gucke ich wie die Bewertung ist. Es wird erstmal nicht regelmäßig kommen, sondern nur dann kommt, wann ich auch wirklich Zeit habe. Ich werde mich aber bemühen, dass es öfter und regelmäßig kommt. Ah, Entschuldigung, ich bin krank. controlled ぱ 그러면 Ok. Entschuldigung, ich benefiniere die Bewertung. Was noch你想 sonst nicht grande oder die Lkw alterniert? viel Geld, oh gut oh, diese blöde Lampen ich hab so hängelnden Riesen gut, weiter geht's, äh, Tankstelle, lass mich mal trinken ach und, was ist ein Tein an, aber ich muss gleich nach, oh, da hinten, gut ist ein Platz zum Schlafen ich will nicht, oh, der KW jetzt wieder magisch um die Kurve oder was eigentlich wollte ich noch zanken oh mein Gott, was ist jetzt los, okay ach, der Truck hat auch kaputt ich glaube die Ladung ist ich hab so gesehen ich glaube, das war es nicht so, ich bin der KW, das war es nicht so, ich bin die KW, das, weil ich glaube ich, Untertitelung des ZDF, 2020 Good enough.